So, hey und herzlich willkommen. Ich hoffe, hat man überhaupt was? Nein, okay, ähm, sollte mich, ich weiß nicht. Wir werden heute als Troll unterwegs sein und werden ein bisschen die Bandys heute ärgern. Ja, ähm, ich weiß es nicht sehr schön. What is this? Ist das ein Trollschwert? Äh, sieht nicht so aus, aber sieht cool aus, finde ich. Äh, wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Äh, äh, vielleicht brauchen wir irgendwann eine Trollpistole. Äh, äh, ist das ein Trollschwert? Sieht zumindest zu uns. Spin roundy round, roundy 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 roundy. Oha, wie opö. Ist dieses Schwert, bitteschön. Oh nein, was ist denn das? Ein Fögel? Oha, ja, ja. Wieso braucht man einen Kack? Spinning in a roundy round, roundy 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 round. Oh, Kacke. Wir machen den Föhn. Haha. Tum, tum. Oh, ich brauch den Föhn. Spinning in a roundy 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 roundy. Oha, wie opö ist dieses Kackschwert? Okay, ich will jetzt mal richtig viele wegpusten, auf einmal. Und, die sind alle hier. Nananananadanadananadanan. Oh, Kacke. Zack. Roundy 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 roundy. Zick, 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 z Unsere Superhelfer. Okay, wir brauchen den Föhn heute mal. Hui. Und Spin. Zack, 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 zack. Oha, oha. Okay, ähm. Schon gut zertag, aber jetzt werden wir mal nicht als Troll-Trollen. Äh, vielleicht träumen wir mal als was anderes. Oha, als Minecraft-Mensch. Als, äh, Sonic-Fan. Wir sind ein Fan von Sonic. Wie schnell ist dieses Vieh? Kacke. Äh, ich steche, ähm. Oha, was macht das? Okay. Was zum Cache? Cache. Was habe ich gerade gemacht? Das Schwert sieht schon okay aus. Zack, zack. Zack, 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 zack. Spin. Kacke, wir stecken fest. Wir sind gleich tot. Äh. Spash. Oh, Kacke. Wir sind tot. Mh, der Schwert ist nicht so krank. Also, adios. Gut, äh. Ich muss sagen, der Schwert war nicht so toll. Kennt ihr alle? Pekka, das ist Mini-Pekka. Mein best friend forever. Nein, natürlich jetzt nicht, mein Freund. Da bin ich sogar eigentlich ganz froh. Mann, ey. Oh, wir können mit Nice Ballon. Luftballon fliegen. Nein. Riemann. Okay, ähm. Ich bin froh, dass ich keinen Luftballon hab. Äh, äh, äh. Mh. Wie Ballonski. Oh, Feuerwerk. Juhu. Oha, wie schön. Jetzt müsste es dunkel sein. Äh. Na gut, dann nicht. Du gehst auch weg, hoffe ich mal. Gehst du auch noch weg? Ja, äh. Ja, äh. Mh. Ich bin hier so ein Fledermaus-Schwert. Ich bin Fledermaus-Man. Okay, äh. Oh, okay. Trieber, losgehen. Oh, okay. Ungefähr da, glaube ich, wo wir hingucken. Landen wir auch. Wir müssen ein bisschen runtergehen. Ich will hier auf dieser kleinen Burg landen. Stopp. Ah, wieder hoch, wieder hoch. Oh mein Gott. Wie sind die da alle? Okay. Okay. Die drehen echt durch. Nach oben. Nach oben. Was denn so? Kacke. Okay, dann landen wir eben auf diesem Turm. Den muss ich einmal schnell kaputt machen. Am Dach, aber auch nur. So, zack. Ja, so geht's. So geht's doch. Einmal runter. Nein, hoch, hoch, hoch. Und jetzt hier rauf. Jetzt runter. Hä? Oh nein, kacke, kacke. Jetzt, äh. Ballons fliegt einfach. Oha. Nein, okay. Stirbt. Stirbt, 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 stirbt. Stirbt, stirbt alle, stirbt. Stirb. Stirb. Oh mein Gott, wie viele Särge liegen hier, bitteschön. Stirbt alle. Alle sterben. Ah. Das ist das Problem, wenn man neben einem Bandy-Sack loggen kann. Ähm. Ich glaube, ihr wisst, was ich dann sagen will. Zack. Äh. Wir haben nicht einen Schaden. Wir sind nicht mal an. Okay. Wir können uns gar nichts. Okay. Ah, doch, jetzt haben wir die schon auch mal hin. Oh mein Gott. Die machen uns hier platt. Kacke. Wir müssen einfach springen. Jetzt erstechen wir sie alle. Gut. Oh, nicht schon wieder mehr. Okay, wir haben jetzt einfach mal ganz schnell ab. So, das... Wie gehen ja immer noch so viele Särge? Ähm. Das hat schon mal ganz... Prima hat es nicht, aber gut geklappt. Würde ich sagen. Was ist das Cartoon Dog? Oh, schsch. Kacke. Wie sieht der denn aus? Sieht aus, als wenn man das platt gefahren hat. Das kann man nicht mehr umbringen. So, den kann man nicht mehr überfahren. Also, wenn, dann würde ich sie nicht wehtun. Ähm. Was ist denn das hier? Hä? Ist das irgendwie ein Schild? Das war nicht so gut, was wir gemacht haben, Leute. Äh, ich nehme einen neuen. Der war echt schlecht. Na gut. Also Skins sagen wir eigentlich nicht, wie einer ist. Oh, ich nehme den Banana Guy. Das habe ich schnell. Dann, 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 dann. Ja, ähm. Ich nehme das einmal als Fortbewegung. Oh, kacke. Aua. Ich habe mir wehgetan. Dann müssen wir noch irgendwas dazu werfen. Irgendwas, was zu einer Banane gut passt. Papa! Ähm. Was habe ich eben gesagt? Keine Ahnung. Ähm. Und, ja. Ich glaube, wir können schon anfangen. Oh, yeah. Das sieht so dumm aus, was wir hier machen. Oh, nein. Oh, kacke. Oh, wir müssen weg. Ganz, ganz schnell. Okay. Ähm. Ich gehe mit, oh. Ich gehe mit euch noch in ein anderes Spiel. Bis gleich. Okay, Leute. Ähm. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch mit euch in ein anderes Game gehe. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Äh. Ich kenne das noch nicht ganz. Nur haben wir das Freunde mal so ein bisschen erklärt. Was muss ich hier machen? Oh. Sieht ja so sehr, sehr schön aus. Das sieht eigentlich schon krank aus. Ja, ich glaube, die behalte ich. Oh, mein Gott. Okay. Ich glaube, wir bleiben jetzt fürs Erste erstmal so. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Ich glaube, er wird dann sterben. Ich mache das kurz mal. So. Ähm. Ja. Hallo? Okay. Äh. Wir nehmen uns einfach mal diese FCP. Mhm. 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 Oh, ich spüre irgendwas. Oh. Oh. Oh.